Mein Name ist Sven Stendl vom Forstbetrieb Stendl, den ich zusammen mit meinen Eltern führe. Wir sind heute hier mit zwei Forstmaschinen von Komatsu unterwegs und führen eine Durchforstung durch. Douglasien, Buchen müssen freigestellt werden, sowie schlechte Kiefern müssen entnommen werden. Wie man auch schon sehen kann, sind die Bäume alle durch den Förster markiert, sodass unser Harvesterfahrer, Herr Fabian Bünger, weiß, welche Bäume er zu entnehmen hat. Mit den Maschinen, die wir heute hier sind, ist eine Komatsu 855, neueste Generation, was momentan auf dem Markt ist. Ebenso der Harvester, Komatsu 901 XC, 8-Rad-Version, mit einem hochmodernen Aggregat, mit Fotozelle, was automatisch erkennt, wenn der Stamm zurückfährt, braucht man keinen Nullschnitt mehr machen. Das ist alles auf dem neuesten Stand der Technik. Ich bin Fabian Bünger, ich fahre unseren Harvester. Die Maschinen kommunizieren über ein Kartensystem. Da, wo ich die Bäume abschneide, werden rote Punkte markiert, sodass der Rückezugfahrer das ganze Holz alleine wiederfindet, ohne dass es da große Absprachen geben muss. Des Weiteren haben unsere Maschinen ein Betriebsüberwachungssystem drauf, nennt sich Maxi Fleet, was aber nicht nur zur Überwachung von den Maschinen da ist, sondern auch zur Überwachung und Produktivität im ganzen Arbeitsablauf. Und zwar können wir in einen bestehenden Einschlag rein, können uns angucken, wo sind die Fahrlinien vom Harvester, wo wurden die Bäume geerntet, wie viele Bäume wurden geerntet, wo ist der kürzeste Weg raus zum Poltern, was das Arbeiten eigentlich alles erleichtert. Hier kann ich zum Beispiel in die Einschlagsmenge reingucken. Des Weiteren braucht man auch nicht mehr diese Kommunikation zwischen Harvesterfahrer und Rückezugfahrer. Fahr mal hier um die Ecke, mach mal da. Das kann ich alles über GPS, über mein Kartensystem, kann ich mir das alles runterziehen und bin so effektiv am Arbeiten. Und das macht eigentlich einen positiven Arbeitstag am Ende des Tages aus. Und das macht eigentlich einen positiven Ort aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Hier sind zwei Farbtanks drin, das ist einmal für blau, einmal für rot, da haben wir noch einen Kettenöltank, denn es ist über die Maschine einstellbar mit der Farbmarkierung, das ist wenn wir Sondersortimente machen, damit das für den Rückgezug einfacher ist. Wir können einmal blau, einmal rot oder beides zusammen sprühen. Hier habe ich meine ganzen Bäume drauf, alle die ich geschnitten habe. Die nehme ich jetzt und sende die Daten an meine elektronische Kluppe. So wie hier zeigt er jetzt den Durchmesser an, das sind 0 und dann schiebt er das automatisch weiter. Und hier müsst ihr die Länge. Jetzt der Baum auf der Kluppe. Das sind die Abdrücke von den Walzen, von den Vorschubwalzen und in der Mitte die schmale Linie hier, was hier hoch geht, das sind die Abdrücke vom Messrad, was die Länge vom Baum erfasst. Das ist wie ein Ritzel, was mitläuft, dadurch hat man die Länge von dem Baum. 所以, das ist die Länge von der Kluppe. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.